Die Frage ist aber, wo wollen wir jetzt hin? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht kann ich gerade mit dem Aufzug fahren. Was? Dammit! Okay. Also irgendwo muss ein Schlüssel sein. Ich nehme an, hier irgendwo. Okay. Batterien hier hinten, zufällig. Nein? Okay. Ich renne bewusst nicht, weil ich glaube, der hat uns noch nicht gesehen. Oh, oh. Okay. It's running time. It's running time! Wohin? 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 Nein! Grab. Oh mein Gott! Ah! Ausmanöveriert! Ha! Fucking run! Nicht schon wieder! Fuck! Au! Wo bin ich denn jetzt? Wenn jemand einen Schlüssel sieht, sagt Bescheid. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin wieder hier! Fuck! Warum sind alle Türen so? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Wo könnte denn... Wo könnte denn der Schlüssel sein? Vielleicht da, wo ich eben war, an der Tür, die auch mit zugestellt war, Dings. Okay. Oh crap! Geh da lang! Ja, geh da lang! Du geh. Komm, komm! Vielleicht. Vielleicht. Da! Was ist denn hier? Ich probier's erst gar nicht. Ich geh den nicht auf. Oh, keine Batterien. Kann man sich verstecken. Immerhin. Okay, ich nehm... Ich geh davon aus, dass der Schlüssel hier drüben irgendwo ist. Weil hier lungert er rum. Ah, Icky! Ah, Icky will die Tür jetzt so machen! Warte, die Tür jetzt so! Ah! Wir müssen... Na, das schaffen wir nicht. Nein, 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 nein. Shit! Also, ich nehm an, dahinter ist vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise der Schlüssel. Aber wie kriegen wir denn... Wie werden wir denn den los? Dass wir das in Ruhe aufmachen können, quasi. Also, das würde ich auf jeden Fall mal aufmachen. Weil dann kommen wir ja zu dem Aufzug zurück, ne? Ist ja klar. So. Machen wir am besten auch gleich die Tür auf, damit wir dann schnell weg können. Das Problem ist, der kommt aber jetzt hier, kann man doch raus, oder? Ja, da ist er. Oh, er kommt... Oh, er kommt... Direkt auf uns zu! Ich probiere mich nochmal hier zu verstecken, vielleicht... Kommt er gar nicht hierher? Also, direkt hierher. Er kam ja hierher, aber vielleicht... Ja genau, da ist er. Oh, hallo. Okay. Nein! Okay. Wo geht denn jetzt hin? Geht aber wieder den Gang runter! Ha! Crazy! Hab gedacht, geht dann vielleicht nach hier. Okay, er ist nicht mehr da. Ne, da hinten ist er. Kommt er wieder auf uns zu? Okay. Müssen vielleicht an einem vorbei, wenn er dann wieder hier nach hinten geht. Oh, shit. Oh, shit. Nein, 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 nein. Oh, shit. Oh, okay! Hey! Buddy! Shit! Oh, ich kann nicht über das Bett... Hat er mich gesehen? Somebody has to win and somebody has to lose here. I don't make the rules. Oh, crap! Oh, oh! Geh weg! So könnte es klappen, wenn er jetzt wieder hier aus dem Raum... Oh, scheiße! Wenn er jetzt hier aus dem Raum rausgeht und wieder seine Patrouille draußen aufnimmt... Okay, so könnte es klappen. Er geht jetzt zurück nach draußen auf seine Patrouillenroute sozusagen und dann müssten wir hier hinten... Oh, hier war doch eine Tür. Okay. Und da müssten wir doch... Oh, hier war keine Tür. Scheiße! Da war hier eine Tür in den anderen Raum, aber ich muss woanders hin. Ja, das nützt mir nix. Scheiße! Oh! Okay. Da ist eine Tür. Oh, oh. Shit! Oder der geht jetzt nach hinten in den Raum. Weiter nach hinten in den Raum und sucht nach mir und dann kann ich raus. Ja, 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 ja. Okay, ich muss es einfach probieren. Okay. Okay. Push. 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 Passt da. Ach, die Tür. Hey, nobody else... Nein! Das ist eine verdammte Sackgasse! Okay. Hoch. Hoch! Oh, Gott! Oh, ich bin... Ich schwitze schon wieder wie ein Schwein. Oh! Okay. Machen wir wieder einen Schnitt, bevor wir aus dem Lüftungsschacht rausspringen.